Am Schluss war es alles andere als als fußballerisch ein gutes Spiel. Ehrlich gesagt interessiert es mich aber nicht die Bohne heute. Für uns war es wichtig, dass wir einen Dreier einfahren. Und das haben wir geschafft mit einem guten Fight, mit dem nötigen Quäntchen Glück und der Effektivität von Tako Asano. Und den nehmen wir gerne mit und freuen uns über die drei Punkte.